Andys Spielsachen landen im Kindergarten. In Disney Pixar's Toy Story 3. Mein Spielzeug! Und dort finden Sie jede Menge neue Freunde. Ken. Wer ist scharf auf Kens Traumtour? Worauf haben wir? Folgt mir bitte. Hi, ich bin Ken. Barbie. Ich steh auf deine Stülpen. Ich steh auf deine Halstur. Sepp, Stachel! Verzeihung! Könnt ihr mir sagen, wo ich bin? Der Typ will uns doch nur was fragen. Bitte vielmals um Verzeihung, aber ich habe hier eine Rolle zu spielen. Hallo, ich heiße Trixie. Und Trixie. Du tätest ein Dino im Internet? Das ist nur irgendein Saurier, ein Dino aus der Gegend. Unwichtig, den kannst du gleich wieder vergessen. Nur ein Dinosaurier. Begleite Woody und seine Freunde in Toy Story 3 im Kino. Bitte sag mir, wie komm ich hier raus? Hier kommt man nicht mehr raus. Kleiner Scherz, da hinten ist die Tür. Benut mir, es geht gut hin und da hinten gehören. Ich bin ganz unten.